Es war nicht hellenistisch. Zwei Außenwände in Schotter, so wurde es gebaut. Es gibt noch so eine Stadt, Midos, die genauso in dieser Bautechnik gebaut worden ist. Also es sind nur zwei Städte in dieser Bautechnik von den Hellenisten. Normalerweise haben die Hellenisten große, unebene Blöcke benutzt und haben der Landschaft angepasst. Aber hier ist es so, dass zwei Außenwände in Schotter gebaut sind. Fangen wir an.